Schwimmen Die herzallerliebste Tante liest mir aus dem Kaffeesatz als wären die Lottozahlen mit Tchibo verwandt. Universal ist ja zu wenig. In die Suppe mit Gott, mal hier ein Gewürz von Butter, mal dort eine Prise sizilianisches Ehrenwort. Familienaufstellung bei Hampelmanns. Dazwischen wird eins und eins ist gleich zwei verkauft wie allergrößter Hokus Pokus und ich wollte doch nur wissen, wie eine ordentliche Steuererklärung geht. und ich wollte doch nur wissen, wenn sie alles in der Piste ist, wird es nicht alles in der Piste ist. Also, das ist eine große Herausforderung.